Willkommen bei der ersten Ausgabe von Ezekiel Beat 17 Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eine. Das heißt auch ich. Willkommen bei der ersten Ausgabe von Ezekiel 25 Beat 17 und ich habe keine Ahnung was ich bei dieser Testbühne sagen sollte. Ja gut. Hi Willkommen. Sollte ich schon Themen verwirklichen oder nicht verwirklichen? Nein, das ist ein Testscreener. Ich mache einfach nur einen Test. Test, 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 Test. Hi. Was mache ich eigentlich mit meinen Händen? Hallo, ich bin Ezekiel und nein, ja. Die Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eine. Auch ich. Einfach also Test, Test. 1, 2, 3. Hi. Hi. Willkommen bei der ersten Ausgabe von Ezekiel Beat 17 Stopp! Set! Vielen Dank.